So, Pedi nimmt das hier noch mit. Du wirst es brauchen. Wobei, ich bin sogar fast fertig. Ich sollte das ganze Eisen hier lassen. Ich bin noch nicht fertig. Ja, warte, ich... Nochmal das Lapis. Pedi, wie findest du das denn hier? Warte. Wird hier noch ein bisschen... Was? Was? Da stand Sharpness 2 auf dem Eisenschwert. Ich hab einfach bekommen für 10 Level. Also für ein Level übrigens. Also für die zweite Versorgung. Knockback 1, Sharpness 2, Unbreaking 2. Eisenschwert. Ja, okay, doch. Ja. Jolo. Da stand nur Sharpness 2. Ja, ja. Ich war stand bei mir eben auch. Da hab ich auch ein paar Sachen drauf bekommen. Bist bereit jetzt? Fertig? Los. Ja, ja. Fertig. Z, ready, go. Z, ready, go. Als ob wir noch keine U-Bahn zur... Ne, so... Wieso, sie haben mir da noch keine U-Bahn-Stationen gebaut. Das würde am schnellsten gehen. Ja, ist echt so. Aber wir haben eine Brücke. Ja, ja. Ach, hier ist der Creaver bestimmt eben hochgegangen. Was ich gehört hab. Diese Hexe, ne? Ich hab ihm was zugeflüstert und dann... Hey, warum fehlt hier eigentlich? Warum fehlt hier? Hä? Ich weiß nicht. Andrew Man. Andrew Man. B-b-b-b-b- Andrew Man. Danke, danke. Danke. Gleich wird's wieder lacken. Fühlst du's? Fühlst du's, Mr. Krebs? Mr. Krebs. Ich hab mein Item verloren. Ich bin... Ich bin gut... Ich bin tot. Hä? Wie laut das brutal einprissen im Gegensatz zu anderen Gräuschen. Patrick, was machst du denn? Nur den angreifen. Warum? Was greift ihr wir an? Alter. Ja, die sind doch schnell tot. Hier, zack, zwei Schwere... Zwei Schüttige. Ja, wenn du... Meinst du auch? Oh, ich hab jetzt ein krasses Schwert, ja? Ich bin Patrick. Nein, das ist noch nur das scharpenes Einschwert. Oh, ich greif dich nicht an. Dann greif dich auch nicht an. Hallo, my friends. Na? Was geht's euch, ja? Ja, ihr seid nett zu mir. Ihr seid nett. Ja. XP. Oh, Mann. Ja, ich brauch halt EP. Das XP. Dann halt dich ja mal. Es ist eigentlich das gleiche, oder? EP. Ich weiß nicht, was heißt für dich denn EP übers... Er ist ja da oben. Der ist übrigens hier vorne. EP, da fähig, da fähig, da fähig, da fähig. Ja. Was? Was darfst du? Episch abhorn. Richtig? Das ist ein Tier, ne? Ja, das ist ein Tier. Äh, die ist... Die brauche ich. Ich bin mal der Tränke. Okay. Ich bin so ein Trottel, ich hab keine Dinge mitgegeben, ne? Wie, Pip? Bist du plötzlich doch da? Zu spät. Ja. Dann geh ich jetzt einfach. Bis, Pip. Nach Hause. Und zu Hause, Pip. Ja. Lass dir was besseres anfangen. Ist er überhaupt richtig? Keine Ahnung, ich glaub dir nur hinterher. Gleich kommt die Lava. Das ist voll Lava, ey. Alter, Patty. Ja. Bleibst du bitte hier drin? EP. Ein Zombie. EP. Was? Ja, der kommt doch mit. Nein, hier ist die Festung. So. Sag mal, man hat doch früher auch nicht drei Schläge gebraucht mit dem Diamantschwert, oder? Doch. Oha. Da tropft der irgendwas runter. Mach mal den Block da weg. Mut drauf, das. Da hat es vier. Drei Schläge. Ach da. Das ist eine Scheiße, Mann. Was machst du denn? Dreh dir dran. Nicht dein Ernst. Hä, was machst du denn? Nicht dein Ernst. Wieso sagst du denn, Pip, hä? Warum bist du nicht weitergegangen? Warum machst du das denn weg? Warum bleibst du denn da stehen? Ich wollte das wieder zumachen, weil... Die Lava läuft doch voll schnell hier im Nether. Äh, im Nether. Ja, Patty, du hast mir gleich deine ganze Zeit. Das ist nicht dein Ernst. Warum bleibst du... Was machst du denn? Das ist echt eine tolle Sau, was er da gemacht hat. Pass. Davon kann ich ja nichts. Ich werde dich töten. Ich habe den scheiß Block da weg gemacht. Ja. Geil. Aber auf mich fließend. Du sagst du doch... Mach den Block da weg, mach den Block da weg. Mach ich doch natürlich mach ich den. Hast du gesa... Ich habe gesagt, wir haben ja nicht den Block da weg. Ganz bestimmt. Typ, habe ich das gesagt? Hast du gesagt. Oh Mann, total leckerlich, dass du ja gerade abziehst. Haha, hätte ich brauchst du. Ach, nicht sein Ernst. Oh Mann, ey. Ich habe das auf Kamera. Ich habe Patty wieder. Alter, fuck. Wenn du jetzt keinen Charlie mit nach Hause bringst, ne? Dann bringe ich dich um. Wir brauchen mal eine neue Festung. Hier ist nichts mehr. Hä? Was hat das denn damit zu tun? Die spawnen doch immer noch da. Ja, aber sehr selten. Aber hier wie das Gefühl. Achso. Und bei neuen Festungen spawnen die da öfter. Ja, die sind vielleicht, weil die öfter offener sind. Weißt du, und Minecraft ist natürlich wieder recht logisch. Ich trink den Trank, nichts passiert. Ich habe das gesehen. Auch wieder ein Jahr, um den Trank zu trinken. Hast du dieses Spiel? Ich bin jetzt Rust. Nein! Hä? Ich höre jedoch die ganze Zeit... Ach, der ist da draußen. Oh, guck mal her. Genau, du bist eingeladen, das wolltest du sagen. Genau. Ich bin da auch gestorben. Mann, wo sind die denn? Ich bin jetzt Pärzlöke. Ja, ey. Jetzt lacht er noch so dreckig, ne? Ja, weißt du, ich meine. Das ist jetzt auf dem Soundboard installiert, ne? Dann würdest du jetzt eine Stunde lang diese scheiße Lache haben. Ich glaube, ich finde nie wieder zurück. Ich weiß gar nicht, wo ich hergekommen bin. Ach, ich habe ja gar keinen Bogen mehr. Ich habe auch noch den Power-4-Bogen mitgenommen. Oh, Mann. Du hast ja hoffentlich aufgesammelt, Patty, ne? Ganz bestimmt. Ach, du hast ihn verbrennen lassen. Schön. Weißt du was? Nee, komm. Fabian! Wo ist denn? Ach, da. Nee, das ist auch nicht. Wo ist denn das, was ich suche? Ich glaube, das gibt es hier gar nicht mehr drin. Bombe. Hä? Und so, dass es das nicht mehr da drin gibt. Ich bin jetzt aber echt enttäuschend vom Spiel. Nee, gleich gewöhnt. Ja, weißt du, ich mag das Spiel nicht mehr oder so. Ich habe ja von Anfang an gesagt, wir können aufhören. Ja, wow, aber nicht einfach so. Doch. Nee. Oh, mach ich denn. Geht nur noch zu zweit hier weiter. Ich verabschiede mich jetzt. Ich könnte sagen, das war nicht schön. Also. Mich springt jetzt, ähm. Ja. Ich krieg Janis. Janis ein. Weißt du, ich suche die ganze Zeit Nesserskelette und dann finde ich mal welche und dann nur noch. Hä? Hä? Die sind unsichtbare. Ah! 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 Was ist denn los? Ah! Opfer. Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Ich weiß nicht, wo ich war. Bist du schon in der Festung geblieben? Nein? Doch. Obendrauf war ich auf irgendeinen anderen. Oh, Patrick. Und jetzt hat er meine ganzen Sachen verloren, ne? Ja. Alter. Du hast dich bestimmt da hochgebracht, wo ich gesagt habe, da sollst du nicht lang. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Oh, Mann! Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Du hast keine Lust mehr gehen. Achso. Verleckt ein bisschen. Wen denn? Patti war da ganz viele, war da ganz viele, äh, Picsomys. Fand ich so richtig dumm, weißt du? Ich greife halt diese normale Skelette an und es leckt halt irgendwie total dämlich. Ich bin da den Nessert gegangen, ne? Was hier? Weil da, da war nur ein Weezer-Skelett und dann leckt es komisch, dann waren wir zwei da und das war dann hinter mir. Und dann war ich halt gewisert und dann hatte ich auf einmal anstatt zehn nur noch vier Leben. Nämlich weggerannt, da kam von vorne Gas und da habe ich mich eingebaut. Und ich war eigentlich schon eingebaut und dann war es boom und ich bin tot. Du wurdest mit Lizard. Ja, aber auch. Ich kann nichts öffnen. Ja, ich kann nichts öffnen. Ja, was machen wir jetzt? Ich, ich lege. Also aufhören. Oh Mann, wie frustrierend. Aber ich bin das erste Mal im Nessert jetzt gestorben. Man, warum braucht man denn diese scheiß Weezer-Skulls? Kann man die nicht irgendwie anders hervor? Können wir doch einfach einen Spawn ein?